Ich bin natürlich froh, dass ich diese Chance am Wochenende hier bekomme und ich muss sagen, ich habe unter der Woche, es gab 0,0 Hemel, wir haben nur positiven Zuspruch bekommen am Mittwoch im Stadion, unter der Woche waren die Fans hier am Gelände, also das war sehr emotional für mich auch und ich glaube auch, dass es am Wochenende, das Spiel ist ja restlos ausverkauft, eine wahnsinnig gute Stimmung geben wird. Natürlich wollen wir gewinnen und wir gehen vom positiven Fall aus, dass wir dieses Spiel gewinnen, also da legen wir die ganze Energie rein auf den Samstag von allen Beteiligten, die da mit an Bord sind, mit der Mannschaft zu tun haben, werden wir alle Energie reinversetzen in dieses Spiel am Samstag, um zu gewinnen. Natürlich habe ich mich, habe ich nach dem Spiel in Frankfurt reflektiert, auch meine Person ein Stück weit hinterfragt, es ist natürlich klar, wenn man so eine Serie hat, wie wir sie in den letzten Wochen haben, dass man sich da den einen oder anderen Gedanken macht, für mich war einfach wichtig und so bin ich auch an den Vereinen herangetreten, dass man die Mannschaft ein Stück weit mit ins Boot nimmt, einfach um da ein klares Bekenntnis zu meiner Person zu bekommen oder auch nicht, das hätte ich sowohl als auch mitgetragen. Wir wollen am Samstag gewinnen und dann wollen wir das nächste Spiel am nächsten Samstag gewinnen, das sind unsere Ziele, wir sind im Abschiedskampf und nichts anderes zählt jetzt als fokussieren aufs nächste Spiel. Wir wollen diesen Weg gehen bis zum Ende, bis zum Ende und der ist positiv, Erste Liga.